Was geht ab? Meine Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video, heute hier auf diesem wunderbaren Kanal, falls ich noch minimal geschwollen rede. Eigentlich müsste es gehen, aber ich war beim Zahnarzt vor, es ist schon lange her, vor 8 Stunden war ich beim Zahnarzt, aber ey, auf meiner Instagram Story könnt ihr noch sehen, wie geschwollen ich geredet habe und ich habe das Gefühl, dass meine Lippe noch nicht richtig funktioniert hier unten. Junge, es war nicht mehr lustig. Ich hab, äh, gebt euch die Instagram Story, wenn ihr was zu lachen haben wollt. Junge, es war nicht mehr lustig. Aber, bevor wir jetzt hier reinjumpen in das Video für heute, äh, will ich ein paar von euch grüßen, hab ich lange nicht mehr gemacht in den letzten Videos irgendwie, Niklas-BBM, Kuss, Bruder, für deine, ähm, aktiven Kommentare. Peter hat kommentiert, äh, Nego, Nego hat kommentiert mit Doppel-G, Keno, BBM hat kommentiert, ähm, Naibaf und Nelio und Jamal, nehmen wir nochmal rein, Kuss, dass ihr so aktiv dabei seid. Wir geben uns heute Squid Game, ja, Squid Game von Sunny, ähm, erinnert mich natürlich direkt an Bella Chow, weil das natürlich an Haus des Geldes, den Haus des Geldes Hype und das Cover auch angelehnt war und jetzt die nächste gehypte Netflix-Serie hier quasi im Titel. Ähm, ja man, ansonsten, danach haben wir noch, ähm, Team, Teammates glaube ich, ein Song heißt so, äh, und ein anderer noch und dann müssten wir quasi durch sein, ähm, mit diesem Album, bis auf die EPs logischerweise. Ich bin sehr gespannt, wir hören rein bei Squid Game, Link zum Original, wie immer in der Beschreibung, auch zur Playlist von mir, mit allen meinen Favourite Tracks aktuell. Heute würde ich auch die ganze Zeit auf dem Hinblick in der Bahn und auf dem Rückweg zum Zahnarzt Tony Montana-Nana, Tony Montana-Nana-Nana, gehört, Junge. Goat, Goat-Song vom Album, ich sag's, wie es ist, let's go. Hallo. Danke. Direkt sehr viel Atmosphäre. Boah. Gefällt mir gut bis jetzt, das Klavier. Okay, das gefällt mir direkt schon wieder nicht. Da, der Anfang. Habe ich die Geschwindigkeit richtig eingestellt? Ja. Gestern ein Engelerleer, heute ein Teufel Rihanna, zwischen uns kält ist schon wieder, grad noch verliebt morgen Drama. Also ich hab den Einstieg, also den Einstieg vor Zahnarzt Tony sehr gefühlt, dass davor dieses, also, habe ich nicht so sehr gefühlt, muss ich sagen. Ich versuche nicht wieder so oft zurück zu, nicht wieder eine halbe Minute zurück zu spüren hier. Heute ein Teufel Rihanna, zwischen uns kält ist schon wieder, grad noch verliebt morgen Drama. Sie zersplittert mein Handy, auf der Scheibe vom Bentley. Ich zerreiß ihre Fendi, danach nennt sie mich Family. Ich vermiss den Duft von deinem Gypsy Water. Du musst mit Psychiose und du musst mit zum Stauder. Cooler Flow auf jeden Fall, cooler Flow. Du musst mit Psychiose und du musst mit zum Stauder. Ich mag's noch, keine Jackie, um uns zu vergessen. Oh, ich hab's noch. Oh, ey, Digga, dieses Gessen, da ist er schon hier. Ich sag's, wie es ist. Nächste Staffel singen wir einen Song mit Sunny zusammen. Zum Stauder. Ich mag's noch, keine Jackie, um uns zu vergessen. Doch das funktioniert nicht, denn wir sind besessen. Du lässt mich fallen. Und ziehst dich daran hoch. Ja, ich zieh dich mit. Bei, ey, wenn Sunny sowas sagt, ich weiß, es passt gerade gar nicht zum Vibe, dem denk ich immer nur daran. Ich zieh die kleinen Kinder an. Du ziehst die kleinen Kinder aus. An diese, oh mein Gott. Der beste Konter. Also, jetzt nicht der beste Konter, aber das war so ein, das, da schon so ein Statement einfach, Junge. Das ist schon, Junge. Darum muss ich überdecken. Sorry. Sorry. Aber bis jetzt vom Aufbau her gefällt mir das Song nicht so sehr, muss ich sagen. Der Einschick war nice und die eine Fluchtpassage hat mir sehr gefallen. Aber, weiß ich nicht, driftet in so eine sehr, in so eine Richtung, die mir wieder nicht so super gefällt, glaube ich. Du lässt mich fallen und ziehst dich daran hoch. Ja, ich zieh dich mit und lass dich nie mehr wieder los. Unsere Liebe ist wie Squid Game. Okay, also mir gefällt auf jeden Fall so das Klavier im Hintergrund. Das gefällt mir sehr. Ich finde das irgendwie immer noch komisch, wenn Sunny Fick sagt. Irgendwie Fick die Schmerzen weg, Baby. Weil dann habe ich Sunny während des Aktes im Kopf. Und das möchte ich ungerne. Ich sage es, wie es ist. Aber das selbe Problem habe ich auch bei Kolle. Wenn Kolle so explizit das beschreibt, was er alles macht. Dann denke ich mir auch, nee. Da habe ich direkt wieder dieses Hinangina. Badewanne im Kopf, Junge. Und das will ich bei einem Rap-Track eigentlich nicht, wenn ich mir den so gebe. Ich weiß, was ist das? Aber das kennt man auch schon wieder, oder nicht? Irgendwie schon wieder kommt man jedem Mal um die bekannt vor, Junge. Ich kenne das auch, wenn man einfach fremd gehen muss, Junge. Es geht nicht anders, ne? Nee, okay. Ey, ich sag's nicht, es ist. Also das wird wieder so ein Zeug sein, der nicht so mein Favorite-Ding sein wird. Der ist mir ein bisschen zu ruhig und zu... Also nicht so einheitlich ruhig wie, keine Ahnung, Mama Muzzletop zum Beispiel. Oder wie, ähm, Flieg. Sondern ein bisschen, weiß ich nicht, vom Aufbau her wieder ein bisschen komisch. Was heißt, komisch will ich auch nicht sagen. Ich will es nicht so vereinheitlichen, aber einfach vom Aufbau her so, dass es mir nicht so super gefällt. Unsere Liebe ist toxisch. Ich muss dir wieder mal fremd gehen. Immer nur Krise und Kopfhick. Lösch keine Bilder von ihr, weil ich weiß, dass du ständig mein Handy durchsuchst. Hm. Doch kann dir nicht widerstehen, denn du trinkst dieses Savage in Fenty Dessous. Baby, wir tun uns weh. Es ist wie Schusswechsel. Der Laufring von Cartier verstaubt im Schmuckkästchen. Deine Liebe ist wie Heroin. Dein Sex ist wie Ecstasy. Every night in the bed with my enemy. Okay, also der Part hat mir sehr gefallen. Weil das wieder so ein bisschen mehr einheitlicher war, Storytelling war. Die Endteile waren nice. Every night in the bed with my enemy. Das war gut, man. Wie Ecstasy. Every night in the bed with my enemy. Du lässt mich fallen. Und ziehst dich daran hoch. Ich zieh dich mit. Und lass dich nie mehr wieder los. Unsere Liebe ist wie Squid Game. Doch du willst mich nicht gefallen sehen. Also ich fühl die Bridge leider gar nicht so. Aber die Joke ist okay. Ein letztes Mal, wir ficken in sein. Heute will ich dein Gesicht nehmen. Ja. Fick dich. Aber immer noch, wenn er so einstieg wird, fick dich, schmerzen weg. Weiß ich nicht, fühl dich nicht so. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. War okay. Also gar nicht so mein Fall. Das hat dich so fies an, Junge. Aber das Klavier, das Piano hat mir sehr gefallen im Track über. Diese süßere Stimmung ist nice. Diese süßere. Aber es war ansonsten irgendwie vom Aufbruch her nicht so mein Fall. Okay Weil ansonsten war mein Aufbau ja nicht so mein Fall Also es hat nur ein, zwei coole Elemente, aber auf jeden Fall Keinen Song, den ich mir jetzt öfter Anhören müsste, sag ich mal Aber, wenn ich nachher Das Album komplett gehört habe, kann ich es ja auf Shuffle Einfach laufen lassen, immer mal Und ich bin mir eigentlich schon sicher, dass mir ein paar Songs da Besser gefallen werden Aber es ist jetzt auf jeden Fall kein Track, wo ich sage, so wie Tony, Montana, na 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 Tony, Montana, na 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 Dass ich den direkt auf Dauerschleife hören muss Mal gucken, ich werde den auf jeden Fall noch ein, zwei Mal hören Bestimmt im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen Aber ist jetzt nichts, wo ich Gehypt drauf bin, da mich nochmal reinzustürzen Schade, war halt vom Aufbau her nicht so Mein Taste einfach, muss ich sagen Und ich hatte den halben Song Aber auch das Sine-Angie-Build im Kopf, deswegen weiß ich nicht Vielleicht war das auch einfach so ein kleiner Downtaker noch Kann auch gut sein, weiß man immer nicht Gut, Freunde, ey, heute Dann wieder ein Song, der mir nicht so super gefallen Das ist echt so 50-50, Mann Ähm, aber die, die, die nice sind, Junge Die sind ehrlich, dann 11 von 10 gefühlt Ich sag's, wie es ist Und ich freu mich noch auf die EPs, Mann Gut, ähm, ich hoffe, wir haben einen wunderbaren Tag Morgen, ey, morgen, wie ist es wieder soweit? Neue Tracks kommen raus, oder ist heute Mittwoch? Heute ist erst Dienstag, Junge Heute ist ja erst Dienstag Ja dann, morgen ist Mittwoch Dann kommen die Tracks ja erst übermorgen raus Okay, easy, Freunde Hey, schönen Dienstag euch Wir sehen uns, tschüss